um aufnahme läuft hoffentlich läuft jetzt alles wir sind wieder gegner aber es soll ich jetzt nur gesagt haben mein problem so meine damen herr willkommen wieder zurück zu einer neuen folge von cod bo2 und einem toten männers wort ich hab ganz vergessen dass hier irgendwie bots drin sind ich bin hier irgendwie gleich reingerusht bis zum geht nicht mehr woher alter was ist denn jetzt schon wieder los das schlechte oder was eh die ballern mit dem scheiß insistenz au ja mit der ach ne ich hab gedacht er hat mit der drohne mich gehört ich geh ich geh mit der dicke titte was eh eh da wird was abschuss bestätigt abschuss bestätigt abschuss bestätigt drohne steht bereit abschuss bestätigt auf das ist einer von uns ich glaube wenn wir weiter so machen sind wir wirklich in der esel aua haha ich hab dich im flug geholt du sau lappen warte ich komm hier noch ich komm hier noch zu dir alter heilige macroni war dessen schwer abhocken was ist denn das weiß ich denn was du hier machst ich kann dir nicht helfen mit deinem problem deine mutter ja die hat auch andere probleme und die darfst du nicht wissen nein eigentlich ist die ein richtiges spiel für mich das merke ich schon richtig aber natürlich nur mit kumpels die man ganz doll gerne hat was abschuss verwehrt wow ok jetzt bin ich erschrocken hab ich dich noch erwischt ne warst du das ne 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 abschuss bestätigt abschuss bestätigt abschuss bestätigt abschuss wo ok ist das jetzt fliegt so schlecht so das kack spiel ne aber du bist schon mal äh rang 10 wo noch nicht nur das ist absolut nicht schwer ne das schafft man wahrscheinlich sogar bekommen naja das hast du doch gemacht hast du mir nur gesagt jenes mal in der auffolge äh in der folge rülpst du glaube ich ich weiß gerade nicht ob das im minecraft war oder in den Dings nein Nein! Ich weiß nicht. Boah, Alter! Vergammeln die zu 6 doch, komm! Noch nicht. Und er messert mich, nice. Nice, aha. GG. Ich hab keine Lust, Männer. Das macht so keinen Spaß zu spielen. Das macht so keinen Spaß zu spielen. Haha. Wie nice. Erste Runde und der hat jetzt schon keine Lust mehr. Ey, da kannst du drauf halten, wie du willst. Wie ich erst... Die fressen und fressen, das geht doch überhaupt nicht. Vielleicht ist das doch eine mistige Waffe. Ja, bestimmt. Ich sag noch nie mal, dass du kein Skill hast, also komm. Ich hab keinen Skill, das ist das Problem. Leider doch auf! Das ist auch Konsolenzucker. Von hinten und von vorne, ja. Du hast mich... Ne, du hast mich nie. Ne, doch, davor hatte ich dich. Bin ich um die Ecke gesprungen gekommen. Ich glaub zumindest, dass ich das sage, ich hab keine... Also, ich verkack gerade richtig. Boah, Alter! Ich kann hinlegen. Ach ja. Äh, hinlegen geht mit STRG. Ja, bei dir. Jo. Ich hab Standard an. Ah, der abwischt der mich! Ja! Woll grad sagen, wenn du das gewesen wärst, halleluja. Das war's ja richtig mies. Stand genau vor mir und hat nichts gemacht. Abschluss verwehrt! Abschluss verwehrt! Nee, das ist ja kein... Ja, wenn man seinen Shooter hat, dann schützt man sich mal ein bisschen. Geh doch weg! Nein! Nein! Okay, ich hab gedacht, die Dinger explodieren. Das wollte ich mal ausprobieren. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ne, ist die nach von uns? Okay. Abschluss verwehrt! Du bist einfach mal drauf, dass du heute noch nichts gegessen hast. Prost, prost. Prost, prost. Alter, heilige Scheiße. Oh! Oh, ist der Küche auch für mich. Oh, ich hab keinen Bock mehr! Also wenn irgendwo mal was knackt, äh, kracht, das ist sein PC. Okay. Oh, ich zock gleich Xbox, man! Komm mit dieser Kack-Maus nicht klar! Ja, geh doch weg! Ja, eins muss man wissen, eigentlich ist er ein Kontrollenzucker. Und ich bin genau das Gegenteil. Ja, dumm! Mhm! Abschluss bestätigt! Abschluss verwehrt! Abschluss bestätigt! Abschluss bestätigt! Abschluss bestätigt! Abschluss bestätigt! Alta! Nein! Nein! Da war ich kurzzeitig im Rage. Ach! Hab ich dich auch erwischt? Nö! Geht denn hier eigentlich ab? Ich weiß nicht. Der kriegt nicht hier, der? Also wenn du in der Mitte, äh, also wenn du rum wärst, in der Mitte, äh, runterschießen würdest, würdest du so gute Punkte machen. Alter! Zweifellos gute Arbeit! Hahahaha! Alter! Wie du einfach mal durchragedst! Oh ja, sogar noch Heddy gegeben! Lappen! Lappen! Dummer Lappen, ey! Bock im Bock mehr! So, meine Damen und Herren! Nach einem kleinen Problem, äh, ist unser lieber Herr Matrix, auch anders als Schlagzeuge von Game End, der berühmten Band aus. Girl, jetzt wieder dabei! Seid ihr berühmt ja, oder? Ah, ja, es geht los! Wie macht man das eigentlich mit der Drohne und so? Äh, 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 die Nummer 3 ist so aktivierender. Wer hat mich hingelesst! Ja. Ja, also wir sind hier jetzt eine Runde vom, äh, äh, wir sind jetzt Bomben, ähm, Schlag. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst, mit tausendmal reinschießen und nichts passiert. Hab ich grad auch... Oh ja, sicherlich! Meldwix kennt mich. Nein, jetzt kommen die von hinten, ne! Bombe aktiv! Oh, 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 oh mal aktiv, oh mal! Bombe offline! Ach, Dankeschön, lieber Kollege. Alter! Wie viele seid ihr denn da unten? Jo! Habe ich mich selber ausgenockt. Also Ziel A ist noch unter unserer Kontrolle, das hat doch schon mal was. Äh, wo schiebt ihr denn hin? Ach hier, da sind ja welche! was da ist alter wo kommt hast du die kohle ja echt also es ist komplett neue für mich mit dazu sagen ich habe bisher die ganzen sachen habe ich noch nie benutzt gehabt deswegen ist das alles ein bisschen neu für mich mit rohne ja das war ich mit c4 du lappen das hinger zu bb bb naja dann komm mir also eins muss man noch dazu sagen die bots sind jetzt natürlich auf das schwerste eingestellt wie gut also wir sind echt sehr gut muss man sagen sind die besten spieler der welt wie gesagt die die essel die hat uns schon eingeladen und niemand mitspielen wollen natürlich gesagt nein also wenn wir mitspielen sind alle traurig nein wo kommt in der abwehr er sind so ich weiß nicht hast du gerade dank obama gesagt oder was war es danke obama jawohl du magst du hast genug getötet gerade habe ich habe ich habe ich habe meine leute es hilft nicht niemand was ist denn mit denen keine ahnung ich sehe überhaupt kein großartig von dir die sind alle hinter dir wieso hinter mir die sollen vor was ist denn mit denen was macht denn der kack bot der soll sich warum den typen dort kümmern ja ich hab dich in die luft gejagd so ist es doch gut das was du das bist du das hinten ja voll hinten so machen dass deine geist auch der sniper dabei ohne scheiß das ist so feige hast du die zeit auf endlos gemacht ich weiß nicht was hier eingestellt ist ich habe nichts gesehen gehabt ja wie der den letzten kill halbzeit also jetzt kommt noch eine runde ja ich glaube nicht mal mit mir schreiben ja 3 200 minuten sind das können dann unendlich machen ja sicherlich der erste kill in der runde kommt natürlich von dir warum auch nicht alter der erste kill in der runde kommt ja 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 du warst was ist das macht 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 nicht herr verteidigen ich habe gedacht das ist ja die bombe in die luft jagen das komme ich gar nicht mal klar achso achso die wird jetzt nicht schafft ok alter was geht denn jetzt ab hier bei mir und die bomben sind wieder entschafft leute 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 wie könnt ihr bloß alter du mit deinen hässlichen scheißbomben an wer blockiert mich denn ich weiß es nicht aber es ist mir jedenfalls sehr gut dass jemand dich blockiert oh von hinten ihr hässlichen hässlichen leuten leutchen und verbündete drohne nähert sich ja ja oder und es ist Alter, wie lange brauchen die Bombe zum explodieren? Blitzschlag erwartet Koordinaten. Komm, 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 komm. Feindlicher Blitzschlag schlägt bevor. Schön, das erste Ding in die Luft gejagt. Von der fucking Seite, Alter. Ich muss eigentlich nur noch dich in die Luft gejagt. Den Rest können wir nicht mehr spät haben. Jo, 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 ich kapier's, Jungs. Ja, der Blitzschlag kam ja jetzt zu spät, die Ankündigung. Trotzdem Dankeschön. Fuck! So. Blitzschlag nähert sich, zum Glück bin ich vorher tot. Oh ja, die Bombe ist platziert, die Bombe ist platziert, geil. Was? Ich wurde in den Scher... Scheiße! Ah, er lebt noch. Ich hab' dir in den Scherzen aufteilen! Oh... Ohhhh... Hab ich nicht getroffen? Ich weiß es nicht... Ich weiß es nicht... Ich achte nicht drauf. Irgendeine Granate hat mich getroffen. Achso, ah, die Bumme ist ja schon Komm, 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 verteidigen Verteidigen das Mistding hier Nein, 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 nein Alter, 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 alter Ja! Geil! Nein, nicht geschafft, was? Ja, 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 ja Komm, komm, explodiere, explodiere, komm, komm Explodiere, du Mistding Nein, 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 nein Ja! Ich war gerade am entschärfen, fuck Ja! Aber alter, guck dir mal meine Kills an 74-17 Alter 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 Keiße Sieg Warte mal, bevor du eine neue Runde anfängst will ich mal noch anderes und ich bin nicht mehr machen und ich bin in den Parten so jetzt weil ich das ganze Gefeinander genommen um meine Ping ist einfach auf 93 her das war ich gerade als Hochgesprung so würde ich ganz gut gefallen, warum ich in Dornrunden schreibe mir einen Kommentar, ob ich das ganze Gefeinander nicht aber die sich nicht vergessen, für die Leute, die mich noch nicht gemacht, abonniert haben Kommentare schreiben, würde mich extrem freuen und dann bis zum nächsten Mal, sag dir mal das Wort Ciao, ciao!